Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bode, hier aus Hannover und heute ist mal wieder der Bitcoin auf US-Dollar-Basis dran. Ihr habt hier den 6-Stunden-Chart vor euch liegen. Die Börse ist Bitstamp. Ja, Elliot Wellen ist schon ein fantastisches Instrument, wenn man einigermaßen weiß, wie man es anzuwenden hat. Das ist aber mit allen technischen Analysen der Fall. Und ja, jetzt ist erstmal Rückschau angesagt und dann natürlich Vorausschau. Die Analyse heißt Bitcoin, Turbulenzen voraus. Anschnallen bitte, fasten your seatbelts. Und das nicht ohne Grund, denn wenn sich der Bitcoin nach wie vor an den etablierten Fahrplan hält, dann dürften jetzt langsam die Turbulenzen einsetzen. Ja, wenn wir einmal gucken, was hat sich so die letzten 3, 4, 5 Wochen entwickelt, gehen wir mal zurück in den 3-Stunden-Bereich. Vor 3-Wochen-Analyse, da standen wir noch hier unten, 6120. Wir konnten feststellen, wo ein Stop-Loss zu setzen ist, weil die D nicht tiefer oder nicht länger als die vorherlaufende C sein darf. Also stand unser Stop-Loss entsprechend fest. Und die D ist dann sogar noch ein Stück hier in diesen rot markierten Bereich reingelaufen. Und danach begann die erwartete Trendwende. Wer diesen Trade gemacht hat, ich persönlich habe ihn nicht gemacht, weil ich halt so Korrekturphasen nicht handle, der ist jetzt schon ordentlich im Plus. Zielbereich erwartet das 61.8 Retracement, 7497 in dem Fall. Und das Chancen-Risiko-Verhältnis war zum damaligen Zeitpunkt 4 zu 1. Und wenn wir das einmal gucken und auf den aktuellen Stand bewegen, hätten wir jetzt schon ein Risikoverhältnis von 3,4. Ja, jetzt wird es langsam Zeit, meines Erachtens hier zumindest die Hälfte vom Tisch zu nehmen. Dann hat man schon mal eine ordentliche Rendite gemacht, ja, von entsprechend 3,4 durch 2, 1,7. Man hat seinen Kapitaleinsatz schon für 1,7-facht und hätte die andere Hälfte noch im Spiel, um den weiteren Hochlauf noch auszukosten. Ehe dann, wie erwartet, eine sehr wahrscheinliche, starke Abwärtsbewegung kommen dürfte. Ja, für alle, die meine Videos noch nicht so lange verfolgen, wo befinden wir uns aktuell? Hier zoomen wir mal ein bisschen raus, gehen auf Auto, sieht man es besser. Wir befinden uns ja schon seit ein paar Wochen in der ordentlichen Korrekturphase. Dieser Herunterlauf habe ich als eingekreiste A gekennzeichnet. Der Hochlauf ist eine eingeklammerte A. Danach gab es schon die erste Komplexität, die habe ich damals auch nicht gesehen. Das entwickelt sich halt erst mit der Zeit. Dieser Herunterlauf A als A, B, C hat dann hier erst diese B abgeschlossen. Und danach, um die Komplexität noch etwas zu erhöhen, wurde hier keine C abgeschlossen, sondern es hat sich ein A, B, C, D, E-Muster entwickelt. Das konnte man aber erst ab diesem Zeitpunkt erwarten und hat sich dann auch entsprechend durchgesetzt mit der D hier unten, wo ich euch eben gerade den damaligen Fahrplan mal vorgestellt habe. Und das heißt aber, die E wird dann hier eine B abschließen. Also von dieser A wird dann diese B abgeschlossen. Und dann sollte es zu einem finalen Sell-Off kommen, zu einem Abverkauf. Und deswegen heißt auch diese Analyse Turbulenzen voraus. Ja, was könnte dieses Bild negieren? Ich habe hier extra eingezeichnet, ein höheres Hoch wird ab 8497 gebildet. Dann wären wir hier drüber. Und dann könnte sich auch ein anderer Fahrplan durchsetzen. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und das wäre dieser Fahrplan. Da suchen wir hier einmal raus. Nehmen wir den Tagesbereich. Es könnte natürlich auch sein, dass sich eine andere Korrekturformation durchgesetzt hat. Und hier unten eine E beendet. Das heißt, dieser Hochlauf könnte dann schon der Startimpuls sein für die nächste Aufwärtsbewegung. Und zwar würde ich die dann nennen, nicht zum Mond und auch nicht zum Mars. Denn dort war der Bitcoin schon. Sondern das wäre dann Start zum Jupiter. Die Analyse, die habe ich hier in der Hinterhand. Ist also aktuell, ja, ist im Moment noch nicht aktuell. Aber wir müssen ja immer wissen, was passiert eigentlich, wenn diese Make-up-Break-Linie, also hier ein höheres Hoch, ausgebildet wird. Das wäre dann der bullische Fahrplan, den ich aber aktuell nicht favorisiere. Wenn er dann kommt, heißt es dann, Start zum Jupiter. Genau, aus benannten Gründen. Und das würde dann natürlich bedeuten, höhere Hochs, auch über die Allzeitshochs hinaus. Aber aktuell erwarte ich halt diesen Runterlauf. Das heißt, diese Welle erwarte ich erst von einem deutlich tieferen Tief. Ja, eigentlich wäre es das eigentlich für diese Woche. Ihr kennt den Fahrplan. Und das ist halt das Schöne an Elliott Wellen. Wenn man im übergeordneten Bereich ein bestimmtes Muster erkannt hat, dann muss man nicht jeden Tag mehr reingucken, wie sich etwas entwickelt. Sondern in der Regel die Massenpsychologie an der Börse funktioniert halt nicht nur im Aktienbereich, sondern natürlich auch bei den Kryptos. Und da sogar noch deutlich stärker. Und so schaut man halt einfach nur nach, okay, ist der Fahrplan noch intakt? Ja, das ist er. Trendwendebereich, habe ich gesagt, wäre hier das Anlaufen dieser Trendlinie. 6.500. Das können wir vielleicht sogar heute oder morgen noch schaffen. Und dann wird es spannend, wie sich das in den nächsten Tagen dann weiterentwickelt. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ihr kennt jetzt meinen Hauptfahrplan und natürlich die Alternative. die ihr dann aber erst einsetzt, sollte es hier einen fulminanten Anstieg geben und ein höheres Hoch ausspielen. Ja, das war es hier aus Hannover. Stefan Bode sagt euch Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns und sehen uns natürlich dann mit der nächsten Analyse wieder. André. Und wir hören uns